Hi. Mach dir keine Hoffnung. Schade. Sicher? Ja. Ich hab schon stärkere Anormale als dich vernichtet. Brenn kleiner. Ja. Vielleicht lassen sie dieses Superhelden-Ding einfach. Ist wahrscheinlich gesünder für sie. Niemals. Fuck. Ist es okay? Schei... Sieht schlimmer aus als es ist. Sie haben gesagt, dieses Superhelden-Ding ist nicht gesund. Ah, fuck. Ich glaub einfach... ...beeren. Okay, okay. Ihr könnt meine Entourage sein, wenn ihr wollt. Aber vorher brauch ich noch einen coolen Namen. Ja, sowas wie Basti-Nator oder so. Basti-Nator? Was? Basti-Nator? Wie wär's mit B-Man? B-Man? Ich glaub's auch. Das ist mit Abstand der schlechteste Namen, den ich je gehört hab. Nein. Kix? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.